und da erholt er sich den ball robin kreisern spielte den ball in den strafraum gut durchgesetzt da ist die führung absolut verdient oder ja es waren so gut setzen ihr konzept straight um die tore haben bisher gefehlt aber es hat jetzt funktioniert oder gezeigt was will er ausmachen kann dieser zu tor sehr sehr druck